ja komm geht auch du 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 sieht nicht so aus als ob wir hier noch groß was raus bekommen kriegt man überhaupt aus normalen boden noch samen oder kriegt man die nur noch aus diesem grasbüschel dies keine ahnung auf jeden fall war das früher so dass man aus erde samen bekommen habt sieht nicht so aus müssen wir hier sowieso grasdingens hier ernten flop 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 auch nix hier ist wächst nicht mehr so viel dadurch da drüben also noch gleich ein paar blumen die können wir noch mitnehmen und uns vor das haus packen und noch mehr und kommen das reicht aber noch längst nicht noch mehr von dem zeug da soll mir mal jemand erzählen es ist es dauert länger ein schwein zu jagen haha komm hier blumen blumen samen samen und da drüben ich will sprinten so wo wir entfernen schon ziemlich hart von unserem haus hier ne schon krass so und hier und hier auch mal da ist noch was auch mal hier auch mal da kommt hoch hier war ich noch gar nicht das erstmal angucken sieht aus wie kleiner minisee sogar verzweigt mit unserem ja ich nehm es doch mal mehr so wie viel haben wir denn jetzt schon acht erst total ätzend total ätzend aber wenn man die dinger ab ab dingens also wenn die gereift sind und wann die dann erntet wird man auch wieder samen ich würde mir gerne wissen ob man dann mehr bekommt als so dass wir hier alles abdingsen ob man dann mehr samen bekommt als man abgeerntet hat weil dann würde sich ja müssen wir ja alles gar nicht voll pflanzen dann einfach ein bisschen warten und dann mal ernten dann haben wir ja wieder eine menge samen auch wie auch immer das ist so 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 kommen ein paar blümchen nehmen auch noch mit hier warum ja nicht so pack mal alles hier kaputt und dann rennen wir mal wieder schnell zurück einmal durchs wasser und dann hier die drei grasbüschelchen nehmen wir auch noch mit da da so kommt man das noch ein einsames kleines allein des grasbüschlein es hat sich schon gefreut dass es überlebt hat wird es aber nicht da gibt es gibt uns nicht mehr getreide geiziges ding und es ist schon 17 nein immerhin so dann mache ich mal hier die runde dort so hier kommen alles reinhauen in den boden Okay, und jetzt brauchen wir nur zu warten. Und dann haben wir wieder ein bisschen Essen. Und dann drüben wir es auch noch ein bisschen Gras. Aber naja, ich lasse es erstmal so. Ähm, reicht hoffentlich für das Erste. Können wir eine Menge Brot backen. Hey! Brot. So. Hüpf, hüpf. Und da wandert immer noch eine Schäflein. Und wandert da schon irgendwie lange. Haben wir noch Ding in Stone bei? Ne, kein Brick, sonst würde ich jetzt hier mal... Ihr seht ja auch jetzt die neuen Texturen, die ich meine... Wer meinte? So. Ähm, als nächstes wollte ich... Ja, genau, ich wollte mal ein bisschen Steine abernten. Wie spät haben wir es denn in Minecraft? Okay. Haben wir noch einen halben Tag vor uns. Hier, komm, einmal ernten, bitte. Und sogar zweimal Samen bekommen. Hüpf. Haben wir vielleicht noch im Keller welche? Das wäre ja zu dumm, wenn da noch welche liegen. Würde ich mir selber auslachen. Mal gucken. Ähm, ach, elf! Lohnt sich ja schon fast nochmal hinter zu rennen. Getreide haben wir auch noch ein bisschen. Das können wir ja mal schon gleich verdingsen. Verarbeiten. So, machen wir so ein bisschen Brot hier. Dann gibt es dann hier gebratenes Schwein und leckeres Brot dazu. So. Und nochmal hoch. Ähm, 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 ähm. Wollen wir nochmal ganz hoch gucken? Dann gucken wir mal gleich, wo wir was aus Stein bauen. Ich wollte ja aus Stein irgendwas cooles, also ich wollte ja, ähm, nicht sinnlos einfach eine Steinmine eröffnen. Denn das ergibt keinen Sinn. Denn, ähm, man kann ja auch noch gleich was, äh, gleich was cooles unterirdisch irgendwie buddeln oder so. Ob es jetzt eine Monsterfalle ist oder ob es einfach nur ein cooler Tunnel ist, der irgendwie zwei Orte miteinander verbindet. Kann man ja so eine Art U-Bahn auch bauen. Das finde ich immer sehr geil. Ähm, das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Jetzt überlege ich mal. Wir können hier hinten in die, äh, andere Welt sozusagen rennen. Hier braucht man noch Namen. Die 1.8er Welt. War es nicht recht zumpfig da? Wie wäre es mit den verlorenen Simpfen? Uh. Jetzt fängt es an. Ähm. Jut, dann werde ich mich mal ein bisschen ausrüsten dafür. Und einmal runter. Tralala. Runter. Das Lied. Kennen wir schon. Hier haben wir immer noch ein bisschen Brick. Ähm, Eisen. Ja, doch ein bisschen. Bauen wir uns nämlich mal gleich ein paar Spitzhacken. Steine lager ich mal. Alle hier. So, haben wir noch Steine drin. Ja, hier und da. Und dann. Ah, komm schon. So, Steine brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier wollen wir ja gerade Steine abbauen. Bild. Komm, das kommt hier rein. Äh, Eisen. Damit wollte ich mir jetzt noch ein bisschen was craften. Craften, craften, craften. Craften ist cool. Craften ist geil. Ähm, so. Und sehr entspannt, die Musik. Komm, eins. Und noch eins. Und noch eins. Nee, hier kannst du nicht einfach die Sticks runterfallen lassen. Nee, das geht so nicht. Habt niemand gesehen. Jetzt habe ich die Bricks wieder abgeworfen, obwohl ich es hier draußen noch fixen wollte. Hier an der Seite. Ja, ich bin so dumm. Ah. Ah. Verzweifelt nicht. Ähm, okay. Wo gehen wir jetzt mal hin? Da hinten sich Kohle. Da können wir halt mal abbauen. Und wenn wir mal da hinten zu dem Berg. Das wäre doch mal eine Idee. Wir machen uns jetzt auf Wanderschaft. Bis zum Berg. Und wieder zurück. Und wir haben sogar ein cooles Bett bei. Wollt ihr unser Bett noch drinnen stehen? Nee, das habe ich wieder mitgenommen. Ich weiß auch nicht, warum ich mein Bett immer nach dem Pen wieder einpacke. Das ist eigentlich total behindert. Weil falls ich sterbe... Falls ich sterbe, spawne ich... Naja, okay, wieder da hinten, aber... Das will ich ja nicht. Ich sollte mal mein Bett da stehen lassen, wo es auch ist. Und so. Hier. Dann warte ich nämlich jetzt darauf, dass die Sonne untergeht. Und, äh... Uh, der Leben sieht hier irgendwie in dem Texture Pack blau aus. Höhö. So. Jetzt muss nur noch die Sonne untergehen. Was könnten wir denn noch auf große Reisen gebrauchen? Zwei Eimer sind gar nicht so schlecht. Kohle, naja. Blumen auf jeden Fall nicht. Die können wir uns hier irgendwo vorne hin pflanzen. Nö, das machen wir noch. So, komm, kann ich jetzt schlafen? Bitte. Ja, sieht gut aus. Komm, keine Zombies, keine Zombies, keine Zombies. Ja, keine Zombies und auch keine Skelette. Und auf geht's auf große Wanderschaft. Zum großen Berg, den wir da hinten sehen. Den wir bis jetzt immer nur am Horizont aufragen haben sehen. Wir werden uns den jetzt mal einfach aus der Nähe angucken. Dieses Naturmonstrum. Oh, guck mal, da hinten ist unser Schäfchen. Oh ja. Oh hey. Jiri. Jocha. So, dann geh ich mal hier so rüber und dann hinten auf den Berg. Auf große Wanderschaft. Ich glaube, das Schaf fliegt mittlerweile schon ein bisschen. So. Oh, guck mal hier. Kleine Insel. Da will ich rauf. Da will ich hin. Dort will ich sein. Blub, 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 blub. Flatsch. Schön, schön, klein und idyllisch. So. Oh, ein schwarzes Schaf habe ich eine Schere bei. Ach, die muss ich ausgerechnet, die muss ich wieder wegpacken. Was würde ich das jetzt hier voll hauen, das Schaf? Komm, hau. So. Spannende Sache, der Berg. Und auf geht's zu einem Berg. Oh, da hinten sehen wir noch unser Häuschen. Eine große Weite. Minecraft Wilton. Ah, ich will mich bloß nicht anhören. Ich möchte mich bloß nicht, weil der Satz ist kaputt. Ich werde ihn versuchen zu zerreferieren. Ja, ich möchte mich bloß nicht so anhören wie Grönmeier. Aber es gehört sich hier. Grönmeier. Naja, nicht wirklich. Ich bin noch nie so der krasse Stimmnachmacher gewesen. Da gibt es ganz andere. Muss man mal bei YouTube gucken. Das ist echt krass, was andere Leute zum Teil können. Ja, hier oben ist auch nice. Und hier ist sogar Schnee. Guck mal, ein Schnee-Biome. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal da. Oh, guck mal hier. Wie sind... Ist es eigentlich... Ist es jetzt hier Schnee, weil es zu hoch ist? Oder ist es, weil es ein Biome ist? Weil falls hier Schnee ist, weil es zu hoch ist, wäre das doch mal nice. Oh, das ist ein mini-kleines Schnee-Biome. Komm, wir sagen einfach mal, dass es hier Schnee, weil es zu hoch ist. Obwohl ich das bei Minecraft noch nie so gesehen habe. Oh, guck mal, du machst den ganzen Schnee ab. Das kann ich eigentlich nicht machen, ne? Das ist, das geht nicht. So fies. Oh, ich bin auf dem Gipfel gleich. Hey Leute, Minecraft hat sich gerade wieder geschlossen. Ach, hergott. Oh, sind wir wieder drinne. Warum zur Hölle schließt sich dieses dummes Spiel immer? Aha. Wo dumm, dumm möchte ich nicht sagen. Sonst ist das Spiel noch beleidigt und stürzt noch öfter ab. Geile Aussicht von hier oben. Ich sehe da in entfernter Ferne unser coolen Turm, den ihr vielleicht auch sehen könnt, wenn ihr auf Volbel schaltet. Und hier unser cooles Inselmeer mit, ja, doch so Steilküstenatmosphäre. Ne, und hier geht es ganz steil runter. Möchte ich nicht runterfallen. Ach, ey, ist das nicht geil. So, und wenn wir mal hinter den Berg gucken, dann muss ja sich dann irgendwo mal bald hier die neue Welt generiert haben. Dann muss es dann hier so einen Schnitt durch die Landschaft geben. Ähm... Oh, wow, wow. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Hier, wartet. Boah! So, und jetzt ist es runtergraben. Mit dem Schwert, ne, komm, hier. Mit dem Erdblock. Erde bekämpft, Erde. Um jetzt nicht Feuer bekämpft, Feuer sagen zu müssen. Ne, ne, überhaupt nicht. So, ich möchte mal noch ein bisschen in die Richtung hier. Hüpf, hüpf. Ich weiß zwar auch noch nicht, immer noch nicht, was wir jetzt hier hinten mit Steinen irgendwie anfangen können. Aber, naja, ne kleine Erkundungstour, äh, ist auch mal toll. Ist ja erfrischend. Oh, guck mal, Birken. Oh, guck mal, ne Höhle. Oh, da will ich jetzt rein. Och, nö, Minecraft. Och, nö, was krepelt das Spiel denn so vor sich hin? Was ist denn da komisches? Und guck mal, ein Strich in der Landschaft, höhle. Hm. Ähm, ja, die Aufnahme wollte ich jetzt eigentlich noch durchziehen. Äh, und dann muss ich mal gucken, was da mit Minecraft los ist. Uh. Uh, hier könnte man was mit Steinen machen. Was auch immer. Ich versuche mal runterzukommen. So, ich baue mir mal hier sowas. Es muss aber auch wieder hochkommen können hier. Uh, jetzt wird's gefährlich. Hui, ui, 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 ui. Komm, hier. Na. Willkommen in der Höhle. Des Löwen. Was auch immer. Und weil ihr eh bestimmt nix mehr sehen konntet. Ich mach mir hier ein paar Fackeln. Hier geht's aber ganz schön nach unten. Meine Fresse. Das ist ja krass. Ich will nicht wissen, wie, wie viele, guckt euch das mal an. Wie viele Blöcke geht die Höhle so schnell nach unten. Wie, wie sind da von da oben gekommen. Das rauscht hinab. In die Tiefe des Berges. Und Minecraft hat sich schon wieder geschlossen. Und darum sage ich einfach mal, ähm, tschüssi Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich, ähm, werde mal gucken, was mit Minecraft los ist. Und die Aufnahme für heute mal beenden. Das war's. Tut mir leid, dass es nicht anders geht. Ähm, ja, haut rein und tschüss.